Nach welchen Kriterien sollte man Kauf, auf der einen Seite soll ich also etwas kaufen oder Leasing, soll ich es nicht kaufen, sondern Leasing miteinander vergleichen. Gefragt ist hier nach den Kriterien. Zunächst einmal eine Bemerkung vorab. Eine solche Entscheidung, Kauf oder Leasing, kann man nicht allgemein beantworten. Wenn man das tut, dann könnte man sich zu der Bemerkung hinreißen lassen, dass Leasing tendenziell die teurere Alternative ist. Ich glaube, das kann man allgemein sagen. Aber für einen Kauf braucht man in der Regel punktuell recht hohe Liquidität, um den Gegenstand kaufen zu können. Und das ist wiederum ein großer Vorteil des Leasings. Also, ich will sagen, die Entscheidung ist immer einzelfallabhängig. Die Kriterien lauten dann die Kosten. Ja, Kostenkauf, Kostenleasing. Aber Kosten ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist die Liquiditätsbelastung. Wenn Sie das im Moment hier nicht verstehen, dann haben Sie den Begriff Kosten nicht verstanden. Kosten ist betriebsbedingter Werteverzehr in Geld bewertet. Liquiditätsbelastung ist Geld, das abfließt. Das kann parallel laufen, muss aber nicht. Ich habe entsprechende Videos hier dazu gemacht, ich habe das sehr ausführlich erklärt. Ja, man muss den Unterschied zwischen Kosten und Geld, das abfließt, verstanden haben. Ja, wenn man, wenn ein Unternehmen ein Auto kauft und 30.000 Euro dafür auf den Tisch des Hauses legt, dann sind das keine Kosten zunächst, aber eine Liquiditätsbelastung von 30.000 Euro. Dann technischer Fortschritt. Leasing ermöglicht oft, nicht immer, hängt von den Vertragen ab, ist also auch wieder mal eine Einzelfallentscheidung, ermöglicht aber oft, mit dem technischen Fortschritt schneller standzuhalten, als wenn man den Gegenstand gekauft hat. Da muss man die Maschine dann wieder verkaufen, vielleicht relativ mühsam einen Käufer suchen und dann wieder mit hoher Liquiditätsbelastung eine neue Maschine kaufen. Wenn man geleased hat, kann man gegen etwas höhere Leasingraten die modernere Maschine installieren. Das ist sehr oft möglich. Und steuerliche Absetzbarkeit. Ja, was ist im Einzelnen steuerlich absetzbar? Wenn Sie ein Auto kaufen für 30.000 Euro, sind die 30.000 Euro keine Kosten, auch kein Aufwand und damit steuerlich so nicht absetzbar. Die Leasingraten sind allerdings sofort, auch in dem Jahr, wo Sie das machen und zahlen, steuerlich absetzbar. Ja, also auch das muss man unterscheiden. Und dann kommt dann immer eine Einzelfallabhängige Lösung heraus, was für dieses Unternehmen in dieser spezifischen Situation die bessere Alternative ist. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.